Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Deutschland. Hier habe ich sogar die Flasche geschenkt bekommen. The Lübbe Husen Single Malt Whisky Sherry Fass 54,8% Ich war im Bottle Market glaube ich auf dem Bottle Market genau und dort habe ich diese Flasche nun bekommen. Danke nochmal Jens mit dem Nachnamen Lübbe Husen und der Tobias Zager. Das ist, laut meinen Informationen, nochmal ein Video. Da habe ich auch ein interessantes Interview mit den beiden geführt. Dort in Bremen, das ist 60% Ololoso, 40% PX Lagerung und wie ich sagte, 54,8% und das ist drei Jahre alt und ein bisschen was. So, gute schwere Flaschen, sehr schön. Nahten sieht man immer wieder hier in der Flasche, aber naja, ist so. Aber tolles, cooles Design. Kunstkorken, was ich auch im Grunde auch gar nicht schlecht finde. Richtig gute Korken. Das Gefühl habe ich da schon und ich habe echt lange überlegt, womit werde ich das denn hier vergleichen. Und ich kam auf ein unfairer, aber doch Pferdenvergleich. Ich habe eine zehn Jahre alte Scottish Whisky genommen. Ich habe ein Whisky genommen mit, ähm, ups, wie viel Porten? Komma, 8%? Ähm, 65,5% und der hat eine Sherry Oreloso Oktave Finish. Und das ist hier, was ich da mit Rainer bekommen habe hier. Das ist der Claxton Single Cast Spaceside Glen Moray. Ähm, zehn Jahre alt. Also ist das unfair? Ja. Preislich sind sie ungefähr identisch. 74, ungefähr 79. Also von daher, ich finde es nicht ganz so verkehrt. Ähnliche Umdrehungen, ähnlicher Preis, ähnliche Reifung. Allerdings der einzige große Unterschied ist zehn gegen drei Jahre alt. Schottland gegen Deutschland. Also farblich muss ich schon sagen, die können sich eigentlich hier, ähm, die müssen sich in nichts, ähm, zumindest die Deutschen jetzt hier, ihr merkt das schon, der ist schon dunkler. Also der hat ein bisschen mehr Farbe abbekommen, ähm, als der Sherry Oktave Finish. Ups. Einziges Problem ist hier für Jens und auch für Tobias, ich liebe diesen Whisky. Zumindest beim ersten Mal, wo ich ein Glas hatte, dachte ich, uhuhuhu, absolut mein Beuteschämmer. Und ob das hier so gut ist, das habe ich auf der, ähm, Bottle Market in Bremen probiert. Mir hat es erstaunlich gut geschmeckt. Lass uns sehen, ob es heute mir genauso erstaunlich gut schmeckt. Wenn ich was gelernt habe, ist, dass das Maggi Liebstockel ist. Haha! Ich habe es endlich richtig gesagt. Denn hier kriege ich ein bisschen Maggi Gewürz. Ich kriege eine unheimliche, wie ein, ähm, ein, ähm, Tidal Waves, wie ein, 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 ein große Welle. Wie heißt es denn? Kein Tsunami, sondern ein, ein große Welle, ähm, von Sherry, ähm, Geruch, der einfach entgegen strömt. Das ist schon wahnsinnig viel. Da ist, das ist ein Sherry Bombe. Eine noch nicht alte Sherry Bombe. Und ich bin nicht sicher, ob alle Leute so etwas mögen. Also gib mir ein Ben Nevis, der irgendwie 23 Jahre alt, eine Vollreifung und eine dritte Phil Sherry Cask, ein PX am besten auch noch. Und ich werde einfach den Abend genießen können. Das Ding ist schon ein bisschen der Qualität von einem, von einem Bourbon-Fans, ein, ähm, JT, äh, JT, eine, ähm, ein Stag, äh, Stag Junior, äh, der einfach noch mal. Hallo! Haha! Und du sagst, gib's mir noch mal. Und der hat schon viel. Also da ist ein bisschen was da entgegenkommt. Äh, jetzt hier mein Glamoury Claxton, zehn Jahre alt. Reih, weich dagegen. Ein, ein, ein Kinderspiel dagegen. Entschuldigung, eine feine Dame dagegen. Wir müssen jetzt hier sagen, das ist unser pubertierende, ähm, oder auf Englisch heißt es terrible twos. Also richtig einfach ein bisschen schreiend auf den Boden werfend und entweder lieb mich haben oder ich werde dein Leben hier einfach mal zum absoluten Arbtraum machen. Und das ist schon eine, eine, ähm, eine runde, kultivierte Dame geworden. Lass uns probieren. Jeweils jetzt hier bei seine, äh, 54,8 und 56,5. Boah. Diese Liebstöckel ist sowas von prägnant. Dann erst kommt der Sherry immer. Mhm. 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 Wow. Uh, interessant. Es gibt verschiedene, verschiedene Dinge gehen im Mund vor. Dunkel, dunkel Schokolade bis hin zu eine, was eine Mokka ist das. Mhm. Ich, 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 ich nehme ein Hauch vom Rauch wahr, aber müsste noch nicht mal sein. Der ist gut. Der ist jung, der ist gut, der ist kräftig, der haut ein bisschen um, aber der ist, der hat was. Mhm. Lecker. Also ein zwei minus lecker. Und das in Deutschland ist ein exzellente Barke hier. Ich geh einfach mal rüber, einfach mal zu meinen klickst. Klackstens. Mhm. 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 Der Grunddestillat ist so viel anders, so viel weicher, so viel geschmeidiger, so viel runder, so viel mehr Vanille da drin. Also das ganze Ding ist sehr, sehr viel raffinierte, also da ist Finesse da drin. Das ist schön, das ist nett, das ist rund, das ist einfach absolut wie es sein könnte und sein sollte. Das ist, das ist, gib mir noch mal. Yeah, also der hat was. Gefällt mir. Ja, also ich versuche mal dazu zur Beschreibung. Stell dir mal vor, du machst eine, ähm, eine Brühwürfel, also mit Maggi, und du tust, statt mit Wasser, machst du einfach mit Sherry. Rühr mal rum und tu vielleicht noch 20, 30% Wasser dazu. Das ist, was man hier kriegt. Also, ja, die Beschreibung ist ein bisschen salzig sogar. Ja, das ist das. Da ist unheimlich viel Salzigkeit, was hier durchkommt. Natürlich bilde ich mir diese Brühwürfel ein, die ganze Zeit, und ich habe mir gerade mein Kopf dann diese Sherry reingetan, denn da war es nicht zu dickflüssig, ich habe mich ein bisschen Wasser reingetan, und dann sagte ich, okay, das ist das. Ähm, ich werde den bändigen Wurgen. Ups, das ist nicht gut, ich habe meine, meine kleine, okay, gut. Ähm, das war ein wesentlich mehr aus meiner drei berühmten Tropfen, das weiß ich. Ich versuche das mal auf 46% ungefähr runter zu bringen. Der Sherry-Moment, ähm, gerade der PX-Sherry-Moment kommt mehr durch jetzt als der Odoloso. Mh, der brennt immer noch, wow, der brennt mehr mit Wasser jetzt als vorher ohne Wasser. Das ist merkwürdig, interessant. Und dann geht's in dunkle Schokolade, geht's in Mocke durch, geht's wieder hin, zurück zu einer netten Eiche im Moment. Also, der ist ein bisschen komplexer als gedacht. Ähm, ich will ein Experiment hier mir erlauben und gönnen. Ich werde den verwässern. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht nur wässern, sondern verwässern. Ja, ich brauche noch eins für ein Englisch-Video, deshalb bin ich ein bisschen geizig momentan. Ähm... Gut. Ich habe ungefähr zweimal so viel Wasser wie Alkohol hier reingetan. Jetzt kommen hier diese Grasnoten durch. Diese frisch gemähte, ähm, Rasen, der ein bisschen denn dort Richtung Kompos-Haufen geht. Diese Liebstöcke habe ich unheimlich immer noch. Und dieser Sherry-Moment wird immer jünger, immer heller. Ja, also wie eine Pfeife, der nicht mehr huft, sondern hiiiiiiiiiiiiiiiiii. Wie ein Kessel, der ein bisschen krocht. Das war ungefähr 30% Alkohol. Und der ist immer noch schön. Da ist ein starkes deutscher Eichenholz da. In dem Moment, keine Ahnung, ob es überhaupt ein deutscher Eichenholz ist. Also europäische Eiche gab es denn da. Ja, das ist hier diese Schokolade, dunkle Schokolade, Mocke-Moment am Ende. Prägt das sehr gut. Wer so etwas gerne hat, der wird diese Sache echt richtig lieben. Aber das ist wie eine junge Wilde. Richtig junge Wilde. Also deshalb, ich möchte den gerne ein 2- geben und bleiben dabei. Preis-Leistung, wie ich sagte, ich glaube, der liegt bei irgendwie 79, 69 herum. Ich sage einfach 79. Der kriegt einfach ein 3- dafür. Ach, 3, komm, 3. Deutsche Produkt, Ololoso, Fahrstärke und so weiter, bla 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 bla. Richtig gut. Und ja, wow, Jens. Wow, Tobias. Ihr habt was Tolles auf den Beinen gestellt. Ich bin, ähm, ich pushe das ein bisschen. Sobald es richtig in den Läden reinkommt, werde ich sagen, Leute, Mensch, schaut euch das mal an. Das ist eine richtig tolle Sache. Du hast auch eine heavily repeated, glaube ich auch. Das wollte ich mir nicht antun, ähm, aber diese Sherry-Sache fand ich absolut begeisternd, auch dort vor Ort und auch heute, muss ich sagen, bleibt dabei. Ist sehr schön. Der Glenmory-Plaxton. Der Glenmory-Plaxton. Auch Momente hat und so, ähm, oder Glen, ähm, Farkless, der einfach den, äh, Batch von Biss hat. Ähm, genau auch so wollt ihr einfach eine gewisse, ähm, Qualität, aber auch ein bisschen, ähm, Eckigkeit mit auch geben. Und ich muss sagen, gefällt mir gut. Wow, danke Jungs. Also, meine Frage des Tages ist, wir gehen einfach mal ganz kurz zu Sherry-Abfüllungen. Es geht jetzt hier um Ololoso und PX. Meine Frage des Tages ist, welche Sherry-Sorte gefällt euch am besten aus Finnisch für Whiskys? Hm, also, es gibt so viele verschiedene Sherry-Sorten da draußen. Also, ist es lieber eine fruchtige Ololoso? Ist es eine rosinige PX? Ähm, es gibt auch diese, ich glaube, ist Temperilio, ähm, was eher eine, ähm, Fino gab es auch Sherry denn da, was eher eine leichte Sache ist, der ein bisschen mehr Richtung, ich sage immer Essig und Balsamico, Balsamico so geht. Also, welche Sherry-Sorte aus Whisky-Finish gefällt euch am besten? Schreibt es einfach hin. Danke, dass ihr es zugeschaut habt. Liken, abonnieren, auch meine Sample-Liste schauen, auch bei Amazon schauen, das ist immer ganz toll. Jeden Tag 17.30 Uhr, meine Videos kommen raus, 21 Uhr am Sonntag, denn meine Livestreams. Und ihr könnt mich immer wieder kontaktieren bei whiskeyjason at gmail.com. Ciao, bis morgen. Ciao, bis morgen. Ciao, bis morgen.